So, während wir andocken, ist die Folge wieder an. Nein, 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 nein. Ins Eiswasser. Er taucht ins Eiswasser ab und fängt schon an zu frieren. Ah, das sind die Sportler von heute. Ach, das war wahrscheinlich diese Renovierung, die ich noch nicht hatte, weil zu dem Zeitpunkt das Gebiet noch nicht unserer... Ja, natürlich. Geld! Ja, scheißegal, wie viel das kostet er und so. Gib mir Geld. Mach Terranova blau und gib mir mehr Geld. Terranova ist jetzt blau, sehr gut. Was gibt's denn hier? Polarwölfe, die brauche ich auch zum Ausnehmen. Gib mal ein paar, sammeln. Einfach mal ein paar weggrinden. Laufen doch hier rum, oder? Wir gehen auf die Jagd, Lone und ich und das Gewehr. Ich glaube, hier gibt's keine Wölfe. Zu versteckt. So, nachdem wir das blau gemacht haben, dann kann ich auch gleich zum nächsten Schuh fahren. Ja, das ist mal das Convoy, das Versprechen der Menge Gewinn. In Hölle? Achso, in Höhle. Da sind die Polarwölfe. Okay. Zu spät. Teuer! 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 Die nächsten Wälde von Schleuderbord! Ja, die Tippen! Wir haben Eisgestein! Eis! Na ja. Der Regelmänner! Alter, guckt euch das Metall an. Das ist ja der Hammer. Ja, greif es sofort an. Mit all deiner Feuerkraft. Was haben wir denn da noch? Ein Kriegsschiff, noch mehr Metall. Ja, das hauen wir alles weg. Was haben wir denn da noch? Feuern eine Salve! Lassen Sie mich! Feuer! Feuer! Wo ist denn das Konvoi? Da! Ja! Auf ihr Zeichen, Captain! Feuer! Captain, Feuer! Außer Reichweite Ihre Kanonen bleiben! Feuer! Entern! Entern! Zwischen... Zwischenhalt! Kannst du ja nicht steuern damit! So! Mit der Maus ist es wesentlich besser! So! Zack! Tot! 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 Muss ich mal so ein bisschen mit der Maus gegensteuern! Der Vorteil eines Computers! Greift mal wieder zu! So! Ich kann mit Controller und Maus spielen! Aber das gab schön Metall! Die Morrigan reparieren natürlich! Alles andere kommt nicht in Frage! So! In Ruhe gucken wir uns um! Und währenddessen können wir jetzt das nächste machen! Und benutzt die Maussegel! Los geht's! Bleibt auf den Tanz und benutzt die Maussegel! Feuer! 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 Munition verschwendet! Feuer! 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 Hintert das doch! Oh wie süß! Da haben wir schon wieder das I gehört von ihm! Zieht! Bis daneben! Treff ich die überhaupt von hier? Ja! 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 Und da wackelt das Schiff! Und da wackelt das Schiff! Ich habe ihn erwischt! Treffer! So! Und noch einer! Ich habe ihn erwischt! Oh! Komm! Fackel nicht so! Jetzt habe ich ihn erwischt! Sehr nice! Das gibt dir richtig Asche! Wann lernen alle Leute, dass ich um 22 Uhr überhaupt nicht mehr gestört werden will? Ich werde ständig ange... Alter, guckt euch das Geld an. Ständig geschrieben? Ja gut, wenigstens gibt es eine Antwort, die ich erwartet habe. So. Die Morriganen reparieren natürlich. Auch wenn es ein Kriegsschiff ist. Ich sage es richtig, Metall. Gib mal Gas. Feuer! Feu-eure! 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 Dreibe ich zu feuern, Sir! Feu-eure! Da hat ein Egelreffen! Ein guter Treffer kann reichen! Whoa! Gas! Aua. Okay, ist gegengefahren. Trefft ihr auch mal was? Oh, das hat dir richtig wehgetan, das hat richtig weh, das wackelt richtig. Das ist schon ein Hammer, wie viele Schiffe wir schon gerade gesenkt haben in dieser Folge da, krass. Ich hasse das. Nein. So. Weg mit euch. 10 von 10. Cool. Da will ich auch mal reparieren, weil ich habe richtig Schaden gekriegt. Alter, guck durch das an. Auf einmal kommt das Metall rein. So war es doch richtig, diese Dinger da anzugreifen. Da scheint er einen Zusammenhang zu geben. So, den nächsten direkt. Ein Sicherheitsabstand, genau, 1,50 Meter. 45. Rückwärtsgang, rückwärtsgang. Zu spät. Das bezahlt ihr, ne? Das ist klar. Hallo. Ach, die entern mich. Wie wagt es mich zu entern? Ja, hör auf zu wackeln. Ich komm schon mal rüber. Ich erdolch. Warte mal, ich erleichtere dein Leben. Warte mal, ich muss mal ein Stück zurück. So, bitte. Ich glaube, die meisten sind jetzt drüben. Auf der Morrigan. Geh mal ein bisschen runter. Nicht immer so hoch, Leute. Wupsi! Wupsi! So, ihr seid weg. Meine Fresse. Jetzt hör auf. Hör auf mich zu fragen und zu belästigen. Es geht mir auf den Sack. Weg. Äh, ja. Ausschlachten. Geld. Doch, das auch noch. Und das muss auch noch mit. So. Wie aufprall. Arsch und Topsegelbergen. Hab ich gerade verstanden. Arsch und Topsegelbergen. Hab ich gerade verstanden. So. Oh. Ich hab ihn sogar getroffen. zwei auf einmal cool das reicht schon wir brauchen nicht mehr hoch und die fahrt holen nioh zack zack ihre achilles fuß geh hoch sagt er geh hoch da oben ist die flagge nicht ohne also schnell bevor mir die krua ausläuft lasst die gelenke nicht einfrieren das symbol der dreifaltigkeit ist die an leider kein beteil dabei so die euro ausschlachten das geld so sind die beute hat sich doch richtig gelohnt gucken wir doch mal was wir jetzt haben 576 ist ja auch nicht so viel ich habe mir für mehr gedacht aber naja es ist an anfang von wir sind von null gestartet das sind halber tausende die ich gekriegt habe ich soll mich nicht so anstellen ich bin dankbar dafür dass ich das nutzen durfte so auf zum nächsten gebiet sehr sehr gut hat sich definitiv gelohnt das sind die das sind die wir haben die du erger okay Luft? Ich hab den getroffen. So, fast tot. Tot. Eigentlich wollte ich was einsammeln. Und nicht was versenken. Was zerschießen die denn da? Achso, die Tundra. Oh, die hat Metall. Die hat dann nichts wie hin. Ich wär auch... Meins, 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 meins. Feuer von vorne! Gefecht vorne! Auf Feuer zum Rhein kämpfen! Es ist meins! Ich will es haben! Versichern, wir brauchen zusammen! Teuer! Ja, Sicherheitsgrad 2 ist gut. Eve! Eve! So. 73 Metall nehmen, lasse ich mir nicht hingehen. Prüfe, Reserven, wo sind die? Da. Ups. Ups. War schön, wie ich mich da an dem Kriegsschiff vorbeigeschlichen und gesprintet hab. Jetzt antworte ich da gar nicht drauf, ey. Bin mitten am Stream. Ja, gleich. So, äh... Feindschaft aufschlachten. Noch mal schön 73 Metall eingesammelt. Und auch 1200 Gold, ne? Also das ist... Wir werden sie rammen! Wege setzen! Bewegung! Sollte mir mal jemand sagen, die Hölle friere ein, werde ich an heute zurückdenken. Sollte mir jemand mal meinen, deine Meinung wäre wichtig, dann solltest du mich an diesen Tag erinnern. Feuer! Wir sind steif geboren. Hebe den Pinser! Der Chef nimmt Schaden! Anker Ahoi! Anker Ahoi! Okay. Dann ist das weit weg. So, das hätten wir ja. Jetzt suche ich noch das Pötchen. Zum Wegfahren. Ah, wenn du daneben vorbei gehst, dann kannst du es auch mitnehmen. Diese vier Steine. Nehmt sich originalgetreuert vier Steine aus dieser... dieser Kiste da raus. Und steckt sie sich in die Tasche. Hm. Scheint wohl kein Boot zu sein. Doch! Sehr gut. Ich dachte, da wäre keins. So, dann wollen wir als nächstes Harber Dieb machen. Ups, Glock. Harber Dieb. Ja, gut. Das können wir mal beim nächsten Mal machen. Danke fürs Zusehen.